Bei Lea und René gab es Stress. Plötzlich haben die beiden Geldsorgen. Denn viel mehr als Renés Hartz IV bleibt derzeit nicht übrig. Wegen Verdachts auf Sozialbetrug liegt Leas Antrag beim Amt auf Eis und das Internetgeschäft mit den schmutzigen Socken läuft gerade nicht gut. Stattdessen drängt René seine Freundin dazu, sich einen Job zu suchen. Doch Lea sperrt sich nach. Auch Dauergast und Hartz-IV-Empfänger Nino trägt nichts zur Haushaltskasse bei. Was steht denn heute an? Ich passe später noch in die Maßnahme. Seit vier Jahren besucht der 21-Jährige regelmäßig Maßnahmen des Jobcenters. Bislang allerdings immer erst nach Aufforderung. Die Maßnahmen, ich habe beim Jobcenter angerufen und habe von mir aus selber nachgerufen. Also ich habe mir normal keine Maßnahmen gegeben. Ich habe selber gefragt, ob ich die Maßnahme haben kann, ob ich eine Maßnahme machen kann, weil es mir, ich weiß nicht, wie soll ich sagen, auf den Sack geht. Also den ganzen Tag machst du nichts, baust du nichts auf, wenn du mal guckst, andere Leute bauen was auf, sparen, machen, tun, Kredit da, Kredit da, Haus da. Also selber hier hast du eigentlich so nichts in dem Sinn. Was ist der Sinn von diesem Coaching? Sinn ist Arbeit finden. Und machen, bis jetzt haben wir noch nichts gemacht, großartig eigentlich. Die Maßnahmen waren für René bisher nur Mittel zu einem Zweck, ein unsanktioniertes Hartz-IV-Leben. Jetzt zeigt er unerwartet Interesse an einer langfristigen Weiterbildung. 14 Wochen, also insgesamt 28 Mal. Ja, das ist ja schon relativ regelmäßig, ne? Ja gut, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass ich da jetzt 14 Wochen großartig rumsitzen werde. Das ist so, wie ich es bekommen habe eigentlich zum Arbeitssuchen, Ausbildung und sowas. Aber wer hilft mir jetzt auch so bei den Problemen mit der Obachtnachzahlung und sowas? Im letzten Monat forderte der Stromanbieter von René eine Nachzahlung von 1.694 Euro. Das Jobcenter bezahlt dem Hartz-IV-Empfänger zwar die Wohnung, für den Strom muss René eigentlich selbst aufkommen. Aber zahlt das jetzt abend, oder? Also wir haben es ja jetzt erst beim Vorkass gelegt und müssen noch gucken, ob ich es wiederum kommt oder nicht. Das war auch mein Geld, von dem wir die 850 Euro bezahlt haben. Das Geld aus dem Sockenhandel ist aufgebraucht und René muss noch die zweite Hälfte der Stromnachzahlung abstottern. Helfen soll ihm dabei ein Mitarbeiter des Jobcenters. Was machst du dann bei der Maschelange? Mit dem Typ reden, dass er es lehrt mit der Obacht und der wollte, glaube ich, irgendwas im Lebenslauf machen. Bislang stand René noch nie auf eigenen Füßen. Nach zwei abgebrochenen Ausbildungen bezieht er seit vier Jahren staatliche Unterstützung. Auch beim Coaching will er wieder andere für sich arbeiten lassen. Dann kann ich mir den Lebenslauf schreiben lassen. Du sollst schreiben, nicht schreiben lassen. Ich weiß nicht, wie das geht. Aber Ende wird das da durch. Die Möglichkeiten sind da, wie sie sollte es denn nicht nutzen. Ein vernünftiger Lebenslauf ist Grundvoraussetzung für die Arbeitssuche. Das Jobcenter legt genau fest, wie viele Bewerbungen René in einem gewissen Zeitraum verschicken muss. Bisher versuchte der 21-Jährige vor allem, sein Umfeld zur Jobsuche zu animieren. Also, wenn du pünktlich bei der Maßnahme sein willst, würde ich langsam mal losgehen, ne? Ja, ich komme noch fertig, wenn ich gehe. René lässt es weiterhin ruhig angehen und hat gleichzeitig hohe Erwartungen an das Jobcenter. Dann, bis später. Ich hoffe, mir vor allem eine Maßnahme, eine Arbeit zu finden. Am besten was, wo ich mit dem Auto hinfahren müsste, damit das Jobcenter mir Führerschein und MPU bezahlt. Doch vorher muss René in den nächsten Monaten regelmäßig zweimal in der Woche für jeweils eine Stunde zum nahegelegenen Jobcenter. Wie ist die Maßnahme gelaufen? Soweit gut. Lebenslauf. Ich würde mich fertig schreiben. Ich muss danach nochmal drüber gucken, ob es alles so stimmt. Oberg haben wir jetzt noch nicht geklärt. Gute, was ich machen kann. Das wird vielleicht bezahlt. Der 21-Jährige zeigt weiterhin wenig Eigeninitiative und genießt die Unterstützung durch die Mitarbeiter des Jobcenters. Ist ja komfortabel, wenn er das für dich macht, oder? Ja, ist nett. René will zwar weiterhin die Maßnahme des Amts besuchen, doch an seiner Einstellung zum Thema Arbeit hält er fest. Willst du arbeiten? Ja. Ja, ich möchte arbeiten, aber wie gesagt nicht für den Mindestlohn. Ich habe meine Post bei der Caritas geholt und es sind so ein bisschen viele Briefe vom Jobcenter. Wir wollen vom Jugendamt, wollen die eine Stellungnahme und eine Stellungnahme von mir, wegen Ausziehen bei der Mama. Und warum willst du bei deiner Mama ausziehen? Ich bin schon die ganze Zeit nicht mehr so zu Hause bei der Mama mit meinem Bruder, wie es halt mit Geschwistern ist. Ja, die Mama und ich hatten uns auch dann immer ein bisschen mehr in den Haaren, wo ich die Mama dann auch angepumpt habe, die sie mich angepumpt hat oder so. Und mit dem Papa habe ich ja auch so gut wie keinen Kontakt mehr, nur so ab und zu mal. Ich bin ja die ganze Zeit schon im Bühding. Also warum soll ich dann nicht auch ausziehen, wenn ich so oder so nicht mehr bei der Mama bin? Hartz-IV-Empfänger unter 25 brauchen triftige Gründe und die Zustimmung des Jobcenters, um in eine eigene Wohnung zu ziehen. Das Jugendamt muss Leas Gründe bestätigen. Vorher kann das Jobcenter den Antrag nicht bewilligen. Ich habe schon mit dem Jobcenter telefoniert und es fehlt jetzt nur noch das vom Jugendamt, sprich, dass ich vom Jugendamt das, sagen wir mal, okay kriege. Ich habe beim Jobcenter beantragt, weil es dann auch, sagen wir mal, leichter ist. Ich habe jetzt Hartz-IV beantragt, so kriege ich dann schon mal mein Geld und komme so dann besser über die Runden. Die 18-Jährige muss sich nicht allein durch die Dokumente arbeiten, denn Freund René und Comptonino kennen sich mit Hartz-IV-Richtlinien aus. Das hier, ich muss beides zum Jugendamt schicken. Das hier muss das Jugendamt ausfüllen. Guck hier, vom Fachbereich ausfüllen. Ja. Ja, das muss das Jugendamt ausfüllen. Und das muss ich ausfüllen, dann muss ich auch noch unterschreiben, dass das Jugendamt mit denen reden darf. Hast du noch eine Briefmarke? Ja, ja, freut mich. Wo ist der? Dankeschön, ich habe den gewucht. Wir sind ja auch mit 18. Ich mit 17. Was? Mit 17? Ja, mit 17, halte ich sehr ausgezogen. Ich mit 18, dann hatten wir ja auch den Zettel, weil wir auch unter 25 oder so haben. Der Regelsatz für Hartz-IV-Bezieher unter 25 Jahren liegt bei 327 Euro. Anspruch darauf besteht nur dann, wenn die Eltern nicht in der Lage sind, ihrer Unterhaltspflicht nachzukommen. Wir machen eine warme Hand weg. Entschuldigung. Dann holen wir so einen Zettel und Dings. Was für ein Zettel? So ein Uf-Papé und so ein Umschlauch. Uf-Papé sind hier? Das ist eine kleine, aber ist egal. Beabsichtigt aus vollen Gründen aus, Eltern sich in den Haushalt auszuziehen. Frau Witzel auszuziehen. Farbe und Tafelte passen, nicht wahr? Ja. René bezieht selbst seit vier Jahren die Grundsicherung und steht seiner Freundin beratend zur Seite. Offiziell ist sie überall ohne festen Wohnsitz gemeldet, damit sie quasi ihre eigene Bedarfsgemeinschaft macht beim Abend. Dass wenn einer von uns beiden arbeiten geht, dass es nicht angerechnet wird von dem anderen. Fertig. Inoffiziell wohne ich hier beim René. Ist das nicht eigentlich illegal? Illegal, illegal. Der Unterschied ist i davor. Nein, illegal ist es nicht. Man muss ja gucken, wie man es macht. Wenn du auf einem geraden Weg machst, kriegst du 300 Euro fast weniger Geld. Und wenn du es jetzt so siehst, ist es, ähm, wie soll ich das jetzt sagen, dass es scheiße anhört. Kannst du nicht. Nee. So, wenn wir eine Wohnung nehmen würden, hätte der Vater Staat in dem Moment weniger Kosten. Mit Heizung, Kaltmiete, dies, das. So. Wir hätten aber dann dementsprechend auch weniger Geld. Weil wir kochen ja zusammen, dies, das. So. Also, aber wenn sie sich jetzt eine eigene Wohnung sucht, dann da nochmal Miete gezahlt wird und Heizung und alles für umsonst quasi, kriegt sie dementsprechend mehr Geld, weil sie ja auch so ein neuer Haushalt ist. Obwohl die Wohnung dann quasi leer steht. Mir ist egal. Machen wir es halt so. Lea begeht mit diesen Falschangaben einen Sozialbetrug, der in Deutschland strafrechtlich verfolgt wird. Doch vor der Hartz-IV-Bewilligung muss sie zu Hause ausziehen dürfen. Beabsichtige aus folgenden Gründen aus dem älterlichen Haushalt auszuziehen. Die Farbe im Haushalt passt nicht. Die Mutter kann nicht kochen. Keine Ahnung. Der Herr steht schief. So was halt. Die Mutter ist blondhaarisch. Ich erkläre es eigentlich. Ich bin selber mittlerweile blondhaarisch. Ich schreibe, das Verhältnis zwischen den Eltern ist nicht mehr so wie früher. Na, was habt ihr denn da reingeschrieben damals? Meins wurde rausgefüllt vom Jugendamt. Meins auch, deswegen weiß ich nicht, was ich reingeschrieben habe. Der ist aber auch schon sein Leben lang beim Jugendamt bekannt. Nee. Natürlich. Ja, ich weiß. Der 21-Jährige ist bereits wegen Körperverletzung und Schwarzfahren unter Alkoholeinfluss verurteilt. Ein Betreuer des Jugendamts hat seine Familie über Jahre begleitet. Letztes Mal hattet ihr auch erzählt, dass du dir vielleicht auch einen Job suchen möchtest. Also mit Job hat sich bis jetzt noch nichts ergeben. Warum nicht? Hat nicht gesucht. Du hast keine Ahnung von irgendwas. Willst aber mitreden. Ich habe ganz viel Ahnung. Echt? Wovon denn? Weißt du, was ich den ganzen Tag am Handy mache? Nein. Doch, weiß ich. Nein, weißt du nicht. Doch. Nein. Doch. Nein, wenn es mein Handy ist, weil es dann strang ist. Also, warum willst du es wissen? Du brauchst mir nicht irgendwie sagen, sie sucht nicht, sie macht nichts, bla bla. Und du sitzt selber nur da drüben und zockst. Ah, und René, die machen nochmal was? Es geht gerade nicht um ihn. Wie du ihn immer mit reinziehst. Ah ja. Ja, ihr macht beide nichts. Schön, bist du zufrieden? Jetzt bist du auch mit drin. Oh, mäh. Lea kümmert sich zumindest um die schriftliche Begründung für den Auszug bei ihrer Mutter. So, die Wohnung von Mama ist zu klein. Mein Bruder braucht ein eigenes Zimmer, mit dem verstehe ich mich auch nicht so. Wenn ich zu Hause war, gab es Auseinandersetzungen. Schreib noch ein, die Mutter seuf, du kannst um die Trommel. Nein. Das ist dämlich, sowas. Anstatt man einfach aufs Amt gehen kann, ich bin 18, ich will ausziehen. Nö, Jugendamt. Haben sie doch nicht mehr alle. Für Lea ist ein anderes Jobcenter zuständig, seitdem sie in Büdingen obdachlos gemeldet ist. Sagen wir es mal so, wo ich noch in Lauterbach beim Jobcenter war, habe ich gesagt, ich habe Arbeit in Aussicht. Und dann setzt er sich vor mich. Ja, dann müssen wir aber dann erstmal gucken, ob das in Ordnung ist, was sie dann verdienen. Mensch, was ist das bitte für eine Arbeitsmoral, dann bleibe ich lieber mit meinem Arsch daheim. Ja, dann stelle ich mir so eine Scheiße von ihnen anhöre. Die Abhängigkeit vom Amt kennt die 18-Jährige seit ihrer Kindheit. Also es ist kein neues Gefühl, dass ich, sag ich mal, wieder vom Jobcenter abhängig bin. Weil, wo mein Vater damals ausgezogen ist, ich war sechs Jahre alt, dann hat die Mama Hartz IV beantragt, weil das Geld einfach nicht gereicht hat. Und ich bin mit Hartz IV aufgewachsen. Ich kenne das nicht anders da. Bisher hat sich Lea mit kleineren Unterhaltszahlungen ihres Vaters und dem Verkauf von getragenen Socken im Internet finanziert. Jetzt soll das Jobcenter Leas Zukunft sichern. Der Brief an das Jugendamt entscheidet, wie viel Unterstützung sie vom Staat bekommt. Ich hoffe, dass das alles klappt, dass das Jugendamt dann auch sagt, ja, du darfst ausziehen, wir bewilligen das auch. Ich hoffe, dass der Hartz IV-Antrag dann durchgeht und ich jetzt relativ zeitnah mein Geld endlich bekomme. Lea gehört damit wohl bald zur zweiten Generation der Hartz-IV-Bezieher in ihrer Familie. Und das, obwohl sie mit 18 Jahren alle Chancen hätte, eine Ausbildung zu finden.